Was, Zuschauer, denken, was man für 5 Euro bekommt? Was bekommt man bei euch eigentlich für 5 Euro? Für 5 Euro bekommt ihr einiges. Komm, ich zeig's dir. Für 5 Euro bekommt ihr einmal 4x Takis Blue Heat 280 Gramm, 4x Takis Blue Heat 92,3 Gramm, 4x Takis Freego 92,3 Gramm, 4x Magic Mellows Rainbow, dann noch einmal ein paar Nerds Rainbow und 4x Prime aus Amerika. Entschuldigung, was bekommt man bei euch eigentlich für 5 Euro? Für 5 Euro bekommt ihr einiges. Komm, ich zeig's dir. Das bekommst du für 5 Euro. Hä? Sie haben doch aber nichts reingetan, außer diese weißen Dinger da. Richtig, 5 Euro für den Versand.